Ja Sinan, auch wenn dein Morgen nicht so gut war, ich weiß nicht, was hat Olga da fabriziert? Leute, Olga hat meine T-Shirts gewaschen, wirklich, Olga hat meine T-Shirts gewaschen, alle T-Shirts sind zu kurz, ich weiß nicht, warum man nicht einfach vernünftig waschen kann, ja okay Sinan, du kannst selber waschen, aber Olga hat gesagt, hey, weißt du was Sinan, ich wasche deine Wäsche mit, weil ich wasche ja schon von Luis die Wäsche, alle meine T-Shirts sind zu kurz, guck, zu kurz, Luis, zu kurz, siehst du das? Spenden-Link packen wir gleich rein, damit Sinan die neue T-Shirts sind. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den XRP-Bots. Ja Leute, heute mit Tanktop, schöne Grüße auf jeden Fall an Olga, machen wir die XRP-Wipple-News, unter anderem, Whipples Albtraum mit der SEC könnte bald zu Ende sein, schauen wir uns an, abgesehen davon, der Donald Trump Jr. wurde auch im Besseren belehrt, wegen XRP und vieles mehr, Leute, in diesem Kanal eures Vertrauens, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonniere alle diesen Kanal, haben gute Laune, drücken auf, gefällt mir, in diesem Sinne. Rein in die Olga. Jo, Freunde, 25 Dollar BitMEX-Token geschenkt. Ja, außerdem sechs Monate lang, 10% auf die Handelsgebühren, traden hier bei der Top 1 OG-Börse BitMEX. Link in der Beschreibung. Luis, ich weiß nicht, ich kenn mich nicht aus mit Waschmaschinen und so, ne? Und ich weiß nicht, was sie falsch gemacht hat, ne? Ja, Sinan Katastrophe hier, auf jeden Fall. So schreien schöner Morgen für dich hier. Ja, aber warum sind alle meine Klamotten auf einmal zu kurz? Ja, das ist eine gute Freude. Junge, weißt du, da trägt man, keine Ahnung, XLL, jetzt habe ich M und S, habe ich das Gefühl. Ja, wunderschön, aber ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die News ein, denn sie sind hier nicht zu kurz gekommen, Sinan, wie deine T-Shirts. Ripple CEO Brad Garlinghouse kommentiert die SEC-Klage, den XRP-ETF und Trumps Checkliste. Hier die Höhepunkte, Ripple CEO Brad Garlinghouse verrät, was die Wiederwahl von Donald Trump für die Krypto-Industrie hier bedeutet. Also nochmal das Statement von Brad Garlinghouse und er spricht über XRP und die Krypto-Zukunft und das Ende der US-SEC-Klage. Außerdem geht es um die Branche, die Klarheit hier anstrebt, besonders um Krypto-Regulierung und den Rücktritt natürlich des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler. Also hier wirklich interessante Punkte, die Brad Garlinghouse nochmal anspricht und genau das ist das, was jetzt auf uns zukommt, Sinan. Absolut, der hat jetzt ein Interview abgegeben bei BBC. Also das ist wirklich krass, Sinan, nicht bei irgendeinem Sender, sondern hier bei BBC. Es ist wirklich unglaublich, BBC wirft ein Schlaglicht auf XRP, da Ripple CEO regulatorische Klarheit hier fordert und auch Donald Trump auch fordert. Luis, beste Werbezeit 20.15 Uhr in Amerika hat er einfach bei BBC ein Interview abgegeben rund um, sag ich mal, der Sache mit XRP. Guck mal, XRP ist in aller Munde in Amerika, es kommt immer voran, auch jetzt mit Donald Trump Jr., da schauen wir uns auch sofort an. Weißt du was, schauen wir uns doch voran. Nicht nur in Amerika, ich wollte auch nochmal sagen, auch einer aus unserer Community hat ein Bild aus Frankfurt geschickt von Ripple Werbung. Das finde ich wirklich krass. In der Banken-City, sag ich mal, ist es am Start und auch in Deutschland geht es voran. Also wir brauchen uns hier, glaube ich, echt keine Sorgen machen. Das Grundstein oder das Grundgerüst wird hier komplett aufgebaut, aber wir schauen uns jetzt mal an, Sinan. Finde ich auf jeden Fall klasse, dass der Brad Garlinghouse die Marke XRP so weiter vermarktet. Und dann soll irgendjemand noch sagen, ja, XRP wird bald ersetzt mit den Stablecoin-Ads, dies, das, jenes. Denkst du, der hat sich umsonst dahingestellt? Meinst du, die haben umsonst jetzt die ganze Zeit gekämpft und so? Ripple ist XRP, es ist nun mal so. Es ist nun mal so, Luis. Es ist so, dass Ripple XRP ist und XRP ist Ripple und XRP ist eine Marke. Wir hatten da schon wieder Kommentare zugesehen und ich finde es echt komisch. Wir haben da vor ein paar Wochen auch schon mal drüber berichtet, auch drüber gesprochen. Wir hatten ein Interview mit der Miss Krypto, auch nochmal zu dem Thema dazu. Also haben wir das Thema beleuchtet und zwar der Stablecoin wird XRP nicht ablösen. Es wird auf jeden Fall positiv für komplett das ganze Netzwerk sein, unter anderem auch für XRP. Also hier können wir auf jeden Fall beruhigt sein. Und wie gesagt, hier BBC, sehr interessant. Und nicht nur das, sondern auch BitBoy war im Interview mit Donald Trump Jr. Und das ist auch sehr interessant, weil wir wissen natürlich, dass Donald Trump hier eine sehr positive Kryptopolitik jetzt anstrebt. Und sein Sohn möchte hier quasi oder hat sich mit BitBoy unterhalten. Absolut. Und da hat er ihnen auch erklärt, was alles XRP ist und wie krass XRP ist. Und ich finde das auch richtig stark. Also guck mal, überall in allem Munde ist XRP. Das kann doch nur die Zukunft sein, Luis, oder? Hundertprozentig wird es eine große Rolle im Finanzwesen spielen. Ich glaube, das kann man mittlerweile nicht mehr abstreiten, wie groß die Rolle sein wird. Das werden wir dann in Zukunft sehen. Das kann hier keiner voraussagen. Das ist natürlich alles hier Glaskugel. Ich hoffe, dass wir sehr stark davon profitieren werden. Und wir warten auf jeden Fall ab. Wir sind am Start, weil wir genau das hier wissen und das wollen. So, schauen wir uns noch diese News an, was auf jeden Fall sehr, sehr schön sein könnte. Vor allem zu Weihnachten, ne? Da wäre doch so ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk, ne? Wenn die Klage wirklich mit der SEC komplett vom Tisch wäre, oder? Das auf jeden Fall. Weil ich weiß, oder wir wissen ja, die kryptofreundliche Politik, die wird jetzt hier angenommen. Die kommt jetzt mit Trump auf jeden Fall rein. Aber ich glaube trotzdem, dass wir dieses Jahr hier keine Beendigung, sei es mal der Klage gesehen, oder das Ende der Berufung. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt trotzdem mit, ja, ich hoffe, Rausschmiss von Gary Gensler, mit neuer Führung bei der SEC, ja, natürlich der SEC-Altraum hier früher als erwartet endet, wie es hier auch im Artikel steht und, ja, hoffentlich ziehen wir ihn dann im Januar, meiner Meinung nach, ganz klar. Die Whipple-Klage könnte schneller fertig werden, als erwartet, Luis. Und ich würde am liebsten auch mit dir eine Wette jetzt machen, dass ich noch... Wir haben auch noch eine Wette, ne? Wir haben noch eine Wette, ne? Wir haben noch eine Wette, ne? Weißt du noch, welche Wette das war? Ich weiß gar nicht, worum es geht, ne? Ja, ist gut, schon mal. Da habe ich einen Gründer, habe ich gewonnen, ne? Nein, nein, nein. Bis Ende des Jahres. Ich forsche nochmal nach, ja? Es geht auf jeden Fall um XAP ETF. Ich habe gesagt, dieses Jahr noch, ne? Ich gehe auch mit der Sache, mit der SEC aus. Ich gehe hoffentlich auch dieses Jahr. Wir können da noch eine Wette. Wir haben da gestern, habe ich ja noch ein Video auf dem Zweikanal rausgehauen. Da ging es auch nochmal um die ETFs, speziell Solana und XAP ETFs. Schaut da auch nochmal gerne vorbei. Also wirklich, ja, ich bin gespannt, wer da von uns recht hat und wer hier in den leckeren Döner hier reinbeißen wird. Und das umsonst. Aber schauen wir uns hier nochmal an. Und zwar, Rispoli entwarf in einen X-Beitrag zwei Szenarien. Und das erste ist, dass die Aufsichtsbehörde einen Deal hier überstürzen könnte, um ihren Teilsieg zu sichern oder die neue Führung hier. Und es wird erwartet, dass dies Anfang 2025 mit einem Vergleich für weniger geschehen kann, wodurch möglicherweise die Geldstrafe von 125 Millionen US-Dollar reduziert wird. Und er fügt hinzu, dass in jedem Fall ein langwieriger Zeitplan bis 2026 unwahrscheinlich sei. Und die XAP-Community könnte endlich das Ende dieser juristischen Saga erleben und möglicherweise bis zum Frühjahr 2025. Also er sagt hier auf jeden Fall, glaubt er und geht da nicht davon aus, dass wir bis oder über das Jahr 2025 mit der Klage hinausgehen. Was schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen des Sinan. Wir hatten in den letzten Wochen auch andere Meinungen dazu. Aber auch hier nochmal äußert sich der CEO Brad Garlinghouse. Und ja, speziell zu der Trump-Regierung. Und was das für Krypto bedeutet. Und er lobte jedoch auch die XAP-Community für ihre Geduld und ihren Kampfgeist. Also Sinan, er gibt uns hier auf jeden Fall nochmal die Kraft mit. Und der Respol, also der Experte, sagt hier, dass das Ding hier 2025, ja, enden soll. Ich danke auch der XAP-Community für die Geduld. Und ich danke auch uns, Luis, für die Geduld, dass wir jetzt die ganze Zeit dranbleiben. Und glaub mir, am Ende des Tages, ne, abgerechnet wird am Strand nicht. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Genau, so sieht's aus. Ohne Scheiß. Und ich bin, ich werde hoffentlich irgendwann mal glücklich sein. Und hoffentlich irgendwann mal wird jemand mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, hey, die Jungs damals haben so einen Kampfgeist gehabt. Die haben mit der XAP-Community ihr da draußen zusammen an dieser Sache gehalten. Und irgendwann mal wird abgerechnet, ne. Irgendwann mal wird Muscheln geschlürft, Luis. So richtig. Das ist das Ziel, Freunde. Dann brauchen wir auch keine T-Shirts mehr, Luis. Scheißegal, ob die T-Shirts gut sind. Dann wird hier oberkörperfrei rumgelaufen. Oberkörperfrei am Strand. So sieht's aus. Nämlich. Und komm, schauen wir uns noch das hier ganz kurz an. Ja, denn Ripple CEO hat nicht nur ein Statement abgegeben, sondern er diskutiert hier auch über XAP- und Bitcoin-Prognosen nach wichtigen Ereignissen. Schauen wir uns das auch hier nochmal genau an. Ja, und nach einem Vierjährigen-Kampf konnte der Abschluss des Whipple-Falls von neu ernannten SSC-Vorsitzenden abhängen, der für seine Kryptofreundlichkeit bekannt ist. Und die derzeitige Haltung der SSC behauptet, dass fast alle Altcoins als Wertpapiere hier gelten, was zu über hunderten Klagen und Beschwerden führte. Ja. Und zahlreiche Unternehmen, darunter Binance, Coinbase, Whipple und Uniswap, finden sich in Rechtsstreitigkeit mit der SSC verwickelt. Und der neue SSC-Vorsitzende könnte möglicherweise regulatorische Klarheit bringen und dieses Chaos beenden. Und er sagt nochmal speziell, dass das ein unglaublicher Push für den ganzen Kryptomarkt sein wird. Also nicht nur für Ripple, sondern für den ganzen Kryptomarkt. Wie gesagt, wird so viele große Unternehmen und die Big Player, die spielen hier, oder die spielen gegen der SSC, wie die Coinbase, Whipple, Uniswap und Binance. Lasst euch mal auf die Zunge zeigen, was das für Unternehmen sind. Und dann behaupten die immer noch, welche, ja, Whipple ist ein Shitcoin. Absolut, Luis. Über hunderte Klagen sind gerade am Laufen. Das ist doch krank, oder? Das ist doch krank. Die sagen, alles Wertpapiere, alles sind Wertpapiere. Die versuchen einfach, jeden anzuklagen und nochmal Kohle da rauszuholen. Aber Whipple ist so ein Unternehmen, die haben sozusagen die Stirn geboten und haben gesagt, weißt du was, wir kämpfen und wir holen diese, wir holen die Klarheit für unsere Unternehmen. Und für ganz Mark, ja. Im Artikel habe ich auch gelesen, außer Bitcoin und XRP ist alles, sage ich mal, Wertpapier eigentlich. In diesem Fall jetzt nach dieser Sache, weil es ist immer noch so, dass XRP kein Wertpapier ist. Also da kann jeder sagen, was der möchte. XRP ist kein Wertpapier, Leute. Aktuell reguliert, ja. Die Richterin hat es bestätigt. Klar, jetzt sagt noch SEC, ja, die müssen noch überlegen. Vielleicht wollen die noch dagegen Einspruch einlegen und, 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 was da alles noch passieren kann. Das Ding ist aber eigentlich durch. Es geht eigentlich nur noch hier um die Gelder. Genau. Leute, ich sage euch, wie es ist. Ich habe jetzt dieses Hemd an, damit ich nicht ganze Zeit wie ein Model hier mit baufrei rumlaufen muss. Ich wollte gleich noch einkaufen gehen. Baufrei hier muss man einkaufen, Luis. Was soll ich hier machen? Luis, dein Blödsinn ist gleich schon. Was soll ich hier machen? Ich raste hier aus, ne? Alle meine T-Shirts, Leute. Wir reden nicht von einem T-Shirt oder so. Wir reden schon von 20 T-Shirts, die auf einmal zu klein sind. Deswegen, Luis, müssen wir gleich auf Amazon und was weiß ich, wo man noch T-Shirts... Ja, gleich wieder erstmal geshoppt. Erstmal muss ich gleich shoppen. Erstmal bei XRP Deutschland im XRP Deutschland-Shop hier. Genau, mein XRP-Shirt ist auch zu kurz geworden. Unter dieses Video ist auch unser Shop. Da gibt es auch XRP-Shirt, Sweatshirt, da gibt es noch Hoodies und, und, und. Die Hoodies sind übrigens sehr beliebt, ne? Besonders für Weihnachten sehr interessant. Schaut gerne vorbei. Wie gesagt, greift nochmal gerne die Willkommensbonis ab bei unserem Partner Bitmax, Bitwavo. 10% gibt es bei Cointracking. Geiles Steuertool. Besonders wichtig für Auszahlung. Schaut auf jeden Fall gerne in der Beschreibung vorbei. Genau, wär doch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. Lass den Kanal und bleib mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina, Luis, Beo, Doppelsetz, sag von Herzen Dank.